Hallo, ich bin Alex Fischer und ich bin Finanzblogger. Ich reise mit meiner Familie durch die Welt, weil ich finanziell unabhängig bin. Und welche sechs Punkte ich für wichtig erachte, damit du es auch schaffst, habe ich in meinem Buch Mein Weg in die finanzielle Freiheit niedergeschrieben. Du findest das Buch und noch zwei weitere Produkte hier im World Safari Marktplatz. Hi, mein Name ist Didi Taihutu von der Bitcoin-Familie. Drei Jahre her hatte ich zwei Betriebe und einen Managementjob. Ich habe damals alles gekündigt und verkauft, um in meiner Familie ein freies Leben zu leben. Wir reisen jetzt schon drei Jahre in der Welt rund als Familie, nur mit Krypto. Wir haben damals alles investiert in Krypto. Wie wir das gemacht haben und wie wir ein Mindset kreiert haben, um das Leben so frei zu lernen, das könnt ihr lesen in unserem Buch. Wollt ihr lernen, was Krypto ist und handeln mit Krypto, das könnt ihr lernen in unserem Krypto-Kurs. Beide könnt ihr finden auf diesem Marktplatz. So geh mal auf den Marktplatz und check unseren Buch und Krypto-Kurs.